Ich habe das Heimatministerium mit drei Unterabteilungen, zwei davon sind besonders wichtig. Nochmal zur Innovation oder zur Erneuerung. Ich nehme jetzt mein künftiges Ministerium mit der Heimat. Ich habe das Heimatministerium mit der Heimat. Das Heimatministerium in Bayern gegründet, das ist am Anfang immer beschmunzelt, bespottet worden. Und es ist jetzt für alle Parteien im Bayerischen Landtag der große Renner, auch während dieses Landtagswahlkampfes. Alle bemächtigen sich dieses Themas des Heimatministeriums. Das Heimatministerium mit drei Unterabteilungen, zwei davon sind besonders wichtig. Nochmal zur Innovation oder zur Erneuerung.